ha 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 howdy dody ha howdy dody Freunde willkommen zurück zu einer neuen Session von Hyper Light Drifter wir sind wieder da wo wir waren und wir sind da wo uns nicht auskennen wir sind da wo wir uns nicht auskennen Wir haben doch irgendwie keinen Ton vom Hyper-Light-Richter. Hallo? 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 Geräusche? Ist voll? Okay, Freunde, dann müsst ihr wohl eine Episode komplett ohne Ton leben. Steckenkopf, oder? Na? Äh... Na, Freunde, dann müsst ihr halt eine Episode ohne Ton leben, ist auch egal. Vielleicht habt ihr es dann in der Aufnahme drin? Ah, ja, wir kennen vielleicht... Ah, ja, wahrscheinlich. Na? Na, wir werden die Aufnahme ohne Ton werden. Ist wurscht. What the fuck? Okay. Vielleicht dann mal irgendeine Musik in Hintergrund. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir zwei mal sagen. Oder vergessen. Ich schätze, dass wir es vergessen. Ja, wenn wir es eng... Das, was ich jetzt mal, wo wir etwas einfügen wollen. Das müssen wir es vergessen. Na, ich hab ein paar Sachen dran gedacht. Ja. Blaues Phantom, Acidophilus, bei... Ja, das ist so was anderes. Oder waren wir aber schon. Ja. Ja. Irgendwie, guck mal, das... Bekannt fällt. Bekannt. Ja, bekannt. Wieder ein Bekanntnis. Ja. Niau, niau, niau. Schau mal her. Äh... Großer Bär. Äh... Irgendwie komisch ohne Musik. Ja, irgendwie komisch, heißt es so. Aber... Hast du E-Musik gerne? Na. Ja. Also du findest ja nicht Copyright-Musik gehen zu aus. Ja, kack. Ja, du kannst ja nicht Copyright-Musik nehmen, aber du kannst einfach so viel machen, nicht Copyright-Musik. Ja, ich weiß. Ja, ich suche auch mal Freunde. Damit zumindest irgendwas da ist, was gut geht. Ja, genau. Weil das Wegen zu slashen ist auch nicht da. Das ist der Scheiße. Das ist nichts da. Das Blüften und das Slashen. Awww. Ja, ist egal. Ist halt ein Episode ohne. Da waren wir schon. Oh, fuck me. Das wollen wir schon. Fuck me, mate. Ja, aber wir haben ja... Da ist der nächste Boss dann, oder? Wo? Ja, da wollen wir jetzt hingehen. Es gibt ja rauf, rechts und da auf uns. Ja, aber wir brauchen ein Ding. Wir brauchen ein Ding. Darauf kann ich ja noch nicht. Wir brauchen zwei Teile als erster. Ah, okay. Ähm. Not Copyright-Musik. Feel Good. Oder einfach 2017. Ja, egal. Freunde. Ähm. Ähm. Wow. Das ist ein Samurai. Man muss erst mal wieder deinen Komaletten machen. Ja, Freunde. Oh, Baba. Oh, Baba Yaga. Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Oh, Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga, oder? Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Nice. Ähm. Feel Good. Not Copyright-Songs. Und 물ärends ohne Auer. Aha. Oh, hooo Naintendente so eine Vorstellung. Oh, haaa. Ja, da haben wir schon. Ja, ja, aber da gehe ich zurück zu dem ersten. Ja. Das mit dem Busch kom mir bekannt vor. Mit dem Busch. Da ist er über der Busch ne urban gekommen? Ja ja, etwas ourieren. Halloa, kannst du... Musik, bitte? Danke? F*** You. So. Wow. Wow, wow! Royal Rumble, let's get ready to rumble Let's get ready to fuck a guy No, 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 no Ich denke mir ein Herz zu sein Es ist nicht zu laut Ja, das passt gut Oh, Baby Guck mal, die Nummer Sehr bewusst ist Was, nochmal? Ich bin wieder nur mal kalt You got feeling Das kommt mir vor wie irgendeine Lieder, die sie kennen Hey, ja Das kommt leider so was immer vor Ja Weil im Prinzip haben sie irgendeine Lieder, dass man kein das Vorlage genommen Und dann irgendeine scheiße hinzugefügt und Ah, meins Ja Auf jeden Fall Ja, genau, die macht ja nur sowas Ja, wer hat die gekauft, Alter Ja Ich weiß nicht, so teuer wird es nicht gewesen sein Wahrscheinlich Jure Schattenwolf Was bist du denn das? Nix Okay Da kann ich mich gar nicht finden, Alter Da muss ich irgendwie alles gesehen machen gehen Ja, aber da ist doch nichts mehr, oder? Irgendwie nicht Irgendwie, ja, keine Ahnung Ah, oh, was ist denn das? Ah, oh, was ist denn das? Ah, oh, was ist denn das? Ah, oh, 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 oh Ah, das ist ärgerlich Die spüren sich, oder? Ja, die spüren sich davon nicht Das hab ich nämlich gesehen bei der Aufnahme, die wir jetzt an der Fall mal Okay Ah, von den Dingern versenken, weil man da überall rein kann, wo so kleine Dinger wo so kleine Uhren oder was das ist also Oh, baby Da ist halt sogar gefordert Ja, da ist sogar ein Ding Das ist sogar gefordert, dass wir es machen Bei der anderen wo es glaube ich nur optional ist, oder? Weil wir wahrscheinlich das Kill-Punkt bringen müssen Wahrscheinlich Die sind echt scheiße Ach, alle eben, okay Nice Die sind echt nicht gut Nice shot Hm, nicht gut Nein, ist auch nicht Stopp Bam Nice Ja, den anderen haben wir jetzt Ich hab auch, dass wir irgendwo eine kommen Ja Atom Da ist nur einer Ja, aber das muss doch von oben wahrscheinlich irgendwie rein Ach du, keiner rein Dann gehören wir da ja, und nach unten Dann nach unten Okay Ist das dann. Scheiße Ich weiß nicht, wie du nochmal Hyper-Light Aufheiß, wie du nochmal Hyper-Light für's zu laufen Is die Frage Ich würd sagen, dass wir zumindest alle vier Bosse machen Ja sicher Ja und dann wird's wahrscheinlich eh vorbei sein Ja, 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 ja Na ja, na na, da kommt sich wieder am Ende nochmal Ich bin noch nicht bis zu Ende, aber ich würde wissen wie lange das dauert ach so naja doch das ist wieder das mit diesen vier Außendinger das komische die die vier Außendinger was dann ist das kapier ich nicht aber wir haben doch eins schon von denen eben wo es nach links der Pfeil geht und wir haben eins I don't fucking get it man oh don't fucking get it man bring it, bring it zu den Geschütztürmern die eben hier picken aha ja genau die Wichser die Wichser hallo ihr Kristallbier ah ich hasse Spinenei Spiderman Spiderman er macht das was ein Spiderman kann gebt auch der ist ein Spiderman sollt ihr den nicht umschalten? ich glaub er hat umschalten ja aber die sind immer noch offen aber der war auch noch offen der war kurz offen echt? ja kurz war offen jetzt aber ja es ist auch schießen oder wie? wirkt so ha fuck you Goethe 3 2 2 2 3 2 2 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 7 6 9 10 6 11 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 12 13 13 14 Gennendorf Gennendorf ist ein schönes Dorf Ja Da leben die Leute noch im Glück Ja Mit einem Führer Ja Der einer den rechten Weg weist Pöpöpö Heil dich Baby Heil dich Baby Ja Da komm ich wohin Da war ich schon Da war ich schon Das war sie Ich schieße mir auf das Ding da oben Hab ich gesagt das? Ja Bitteschön Ja jetzt kommst du da oben Das ist der Wege links Ja Hä Ja Hey du ist ein Schwert Oh Gott Oh Gott Oh Gott das ist kaputt Oh Nicht schlagen bitte Nicht ins Gesicht Nicht ins Gesicht Ah 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 Alles ok Alles ok Alles ok Und ich habe Heilungen aufgefallen Oh hey du Was denn mit dir schweibst du gerade? Er sagt so Da ist ein Schlüssel Nice Dankeschön Er hat dir ein bisschen angespiel Aber da ist ein Schlüssel Was denn? Da komme ich nur von einer Seite Geh lecker Mann Schöner Ok Dabei ist noch wieder ein Schlüssel Ok Fade Ah seh Das ist eskaliert noch wieder Ja das geht ja jedes Mal Ich muss mal sagen jetzt ein echtes Mal schneiden Ja stimmt Ja Und das Best-Off Freund Das Best-Off ist noch nicht da Das Best-Off ist noch nicht da Und Nur nicht ganz fertig Es nimmt schon vormann Wir sind sicher schon über der Hälfte mit den Videos aber Wir wollen euch halt aus so gut wie allem das Beste zusammenschneiden Das heißt bitte Erschaudert nicht vor ca. einer Stunde Video oder so Weil Ja Es zahlt sich aus Aber wenn ihr eine Stunde schauen müsst Oder Andert habe ich vielleicht Was ist wie lange zum Hochland dauern? Auf jeden Auf jeden Digge Gehen wir auf ne Currywurst Auf jeden wird das lange dauern Sorry Thomas & Hugh Ja da habe ich mein Kind zurückgelassen Um das Rezept zu finden für die perfekte Currywurst Für die perfekte Currywurst Ich kann nicht sagen dass ich es bereue Ich hatte die Wurst Ich hatte die perfekte Wurst Ich hatte die perfekte Wurst Ja Dieses Mal Oh Baby Hammer Motherfucker Gestern ist ein Brief gekommen Mein Kind ist gestorben Auf hoher See Auf der Suche nach mir Ich muss sagen Ich habe ein neues Rezept gefunden Für den perfekten Kebab Oder Döner Wie man hier sagt Ne Das perfekte Kebab Wie man sagt Döner Warum sagt man Döner Das ist perfekt mit Döner Wie man sagt was Döner Ich weiß nicht Das heißt man oft sagt man Döner Kebab Aber Ja vorher das ist dann aber irgendwie so Ach Herr sagt das bitte nicht Ja Maul bitte Danke Lass das Lass das rein So Das perfekte Rezept Freunde Stell doch auf Döner Kebab doch Müsst ihr ohne ohne Schaf bestellen Weil Schaf gehört nicht in den Kebab Es ist meistens mit Huhn Oder Schwein Mit Schwein Mit Schwein Mit Rind Ich weiß Und es ist nicht meistens mit Huhn Es ist meistens mit Rind Ja meistens mit Rind Rind ist klassisch Und Schwein Ist es nicht Rind Ich weiß Ja irgendwann der Baby Ich glaub das ist draußen bei uns Was sehen die Nachbarn da Ich weiß nicht ob das auf der Aufnahme her Oder hat gerade Baby gewonnen Ich weiß nicht Ja vielleicht hört man es Ich weiß es auch nicht Ich bin gespannt wie sie die Aufnahme der anderen mit der Musik im Hintergrund Entweder man hört uns und nennt man gescheit oder man hört die Musik nicht gescheit Nein beides Beides sind einfach nicht gescheit Arrrr 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 Arrrrrr Arrrr Arrrr Arrrrr Ja der war ganz gut Ja. Ja, 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 da muss es hinweg Da ist wahrscheinlich das rosa, der Pieck Arrr B possono кас I Ah du hast ihn um Jahre Ich bin mir ziemlich sicher, da war ich schon, oder? Ah, nein, da waren wir noch nicht, das sagt mir gar nichts. Nichts? Ja. Nicht, ob das Döner hat. Oh, hallo. Doch, da waren wir noch. Doch, da war ich noch nicht. Ich kann nicht sagen. Das hat bis das. Hey, da ist ein großer Feuerteufel, der hat da Feuer gemacht auf die Kristalle und dann bin ich da gelegen. Oder nicht? Waren wir noch nicht da? Ich weiß es nicht. Da waren wir noch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht mehr. Nein, da waren wir noch nicht. Ich wüsste nicht mehr, beide. Ich wüsste nicht mehr. Ich wüsste nicht mehr. Nein, guten Tag, meine Geruchsserben. So. Ah, da war er wieder. Ja, Freunde. Ha? Dann machen wir diesen Tempel oder was zu sein. Meine nächste Episode. Achso. Achso. Ja, Freunde. Bis zum nächsten Mal und ein fröhliches Howdy Doody. Hallo.